Lafayette, wie wir die typische Goethe-Mannschaft sind. Ludovic Manier hat am Wochenende gesehen, Mentalität vor Qualität und ich glaube, dass das bei einem Goethe-Final voll zutrifft. Wie hier Qualität, aber auch die Mentalität entsprechend durch den FC-Überstoff, hat Goethe-Final gewinnt. Ich hoffe, ich habe viel Go von den Zuschauern, die den Weg gefunden haben. Und dass wir ein Go mehr haben als Überstoff. 1-3 für rechts Überstoff. Ja, dass wir den Kübel hinnehmen, wie es keine drei Punkte gibt. Das Motto sind wir schon länger definiert, beziehungsweise eine Mission. Die Mission kann ich bekannt geben, aber die Hintergründe möchte ich lieber bei der Mannschaft behalten. Die Mission lauten Upper Valley, die Hoppers. Ja, zuerst einmal gratulieren wir zum souveränen Aufstieg. Auch da kein sehrfaches Erbe übernommen. Und ich wünsche mir viel Glück für die neue Saison. Aber das Goethe-Spiel, das gewinnen wir. Ich hoffe, dass die bessere Mannschaft gewinnt am Mittwochen. Zudem wünsche ich ihm, dass er eine attraktive Mannschaft übernehmen kann, die seine Qualitäten einbringen kann. Und es wäre schön, wenn wir uns mal zusammen essen könnten. Impost. Ja, mit Gästeh. Inny schematic. Untertitelung des ZDF, 2020